Hallo, wir sind die Schieleer vom 1. TSC Young & Old. Was ist Schieleding? Schieleding ist... Jumps. Acrobate. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tanzen. Und Show. Wir brauchen für unser Junior-Team neue Uniformen, weil wir aus den Alten daraus gewachsen sind. Wir hoffen, dass wir durch dieses Projekt genügend Geld zusammenkommen. Wir brauchen für unser Junior-Team. Wir brauchen für unser Junior-Team.